Moin, hier Lex Nacken. Ja, alles klar. Ich musste mit Entsetzen feststellen, dass es 200 Leute gibt, die einen verdammt schlechten Geschmack haben. Die haben mich nämlich abonniert. Alter Schwede. Äh, hab ich nicht mitgerechnet, dass es wirklich mal so viele werden. Und ich wollt auf diesem Weg einfach noch mal, ähm ... Ja, Dankeschön sagen. Find ich echt geil. Es ist echt nicht schlecht. Also, als ich mit diesem Kanal so angefangen hab, hab ich eigentlich nicht damit gerechnet, dass es überhaupt jemand gucken wird. Und jetzt haben wir die 200 geknackt, und das ist echt geil. Jo. Auf jeden Fall, Dankeschön dafür. Und, ähm, da ich im Moment sehr kreativ bin, was Ideen angeht, so Special-mäßig und so, äh, und mir nix eingefallen ist, hab ich mir gedacht, wir machen folgendes. Ich schnapp mir jetzt mal einen der Panzer, womit ich am wenigsten klarkomme. In diesem Fall hab ich mir schon rausgesucht, den Centauro 120 im Biestskin. Und ich werd das machen, was ich am schlechtesten kann. Ich werd jetzt gleich live in eine Runde gehen und versuchen, gleichzeitig zu fahren und zu kommentieren. Und egal, was da kommt, das wird genommen. Äh, ja. Wir schauen mal, was passiert. Ich drück jetzt mal hier auf. Los. Eine Minute. Jo, wird ja recht schnell gehen. Sollte die Wartezeit länger werden, schneide ich's... Ah ne, geht's schon los. Jo, passt auch alles. Oh, das wird was. Reden und gleichzeitig spielen, ja. Und nach Möglichkeit noch gewinnen. Obwohl die Teamzusammenstellungen heute, die sind ja auch mal wieder echt, äh, fantastisch. Oh, 15 gegen 15 auf, äh, Vorgebirge. Das wird wieder eng. Jo, schauen wir mal, was passiert, wa? Hm. Und ich komm mit diesem Centauro gar nicht mal so gut klar. Manchmal ja, manchmal nein. Aber in diesem Fall, mal gucken. Jo, der Battle Pass hat ja auch mittlerweile angefangen. Nach der Verzögerung etc. Das war auch mal wieder sowas, ne. Im Moment so viele Fehler im Spiel drin. Hey, das werd ich aber nochmal separat behandeln. Das ist ja furchtbar. Allein das Spotting-System, ey. Was haben die da gemacht? Entweder sieht man gar nichts oder wird nicht gesehen oder alle sehen dich permanent. Und Infanterie wird sowieso gesehen. Dies scheint immer offen zu sein. Also irgendwas stimmt da nicht. Naja, zumindest sind die Lacks jetzt weg. Zumindest bei mir. Ich konnte anderthalb Wochen nicht spielen. Äh, ich hätte spielen können, aber nur mit Standbildern. Und das hab ich mir dann, äh, tunlichst verkniffen. Oh, warte mal. Ich muss mal kurz eben am Knöpfchen drehen. Ah ne, passt alles. Alles gut. Ja, im Moment alles nicht so prall. Ich hoffe ja, dass die das alles so in den Griff kriegen. Wäre schade, ne? Hier, geh gleich los. Oh, gut. Diesen Beast-Skin find ich auch furchtbar geil. Echt bärig. Gefällt mir gut. Ja, ja, was mach ich jetzt? Hinten campen mag ich nicht. Ich geh mit nach vorne, wie immer. Was wahrscheinlich wieder ein riesen Fehler sein wird. Hm. Moment, ich muss hier mal kurz die Lautstärke auf meinen Ohren ändern. Nein, ich hör mich total. Das Spiel geht gar nicht. Was ist denn hier los? So, das passt. So. Jetzt hab ich auch wieder die Maus in der Hand. Ja, erst mal einscappen gehen. Aber noch klappt's ja ganz gut mit Reden und Spielen. Muss ja auch nur geradeaus fahren. Ja. Ja, eins holen. Wie ist die Zusammenstellung überhaupt? Ist recht ausgeglichen, wenn ich das so sehe, wa? Ja, gleich ganz nach vorne. Sitzen ja im MBT. Haha. Ja, mal gucken auf die Karte. Was machen die denn da? Fahren schon wieder alle hinten rum und die Leichten gehen cappen. Ja. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Hier, da geht's schon los. Halt! Ich krieg die Kanone nicht runter. Verdammte Schack. Komm, weg mit dir. Das war ja klar. Bleib mir auch echt doof hingestellt, ey. Ja, diese Fahrzeuge sind nicht so meine Welt. Wo fahren die denn hier alle schon wieder rum? Da hinten campen sie schon, wo die drei kommen. Ach Leute, das ist doch Quatsch. Obwohl, da ist auch schon was rotes. Ja, ist doch kein Quatsch. Passt schon. Ja, mal gucken, was ich jetzt hier anstelle. Los! Spawne hier schneller. Ja. Ja. Hier, von hinten rum anschleichen. Mal gucken, ob ich da was machen kann. Ne, was diese Karten angeht. Manchmal habe ich da ganz gute Runden mit. Aber im Großen und Ganzen bin ich da doch eher mehr schlecht als recht unterwegs. Was man auch schon... Da war doch grad was rotes. Wo ist er hin? Da! Ey! Ach man! Komm wieder hoch! Ja, wo ist er denn? Komm nun, zeig dich! Ach! Fahre ich woanders hin. Da ist der nächste. Ich habe keinen Überblick. Das ist das. Yeah! Ich stelle mich hier an wie der letzte Honk. Ja, toll! Hol ich jetzt einen Luftschlappen? Mir doch egal. Das kriege ich wenigstens hin. Ne, wenn sonst nichts geht, das schaffe ich. Alter, wie unbeholfen. Mal rückwärts einparken hier. Und hoffen, dass mich keiner erwischt. Tja, wo schmeißen wir das Ding denn mal hin? Ja... Ich denke mal... Ich versuch's mal... So... So ungefähr. Könnte klappen. Ja, und dann können wir gleich mit Allemann zur 2 rüber stürmen, wenn das aufgeht. Okay, Leute. Stürmen! Geht los! Ach, die sind ja schon hier vorne. Ich versuch's trotzdem. Oh, klapp doch! Ah! Stein! Wie doof! Oh, oh! Rakette! Ne, ich will da jetzt rüber. Ich geh jetzt cappen. Da ist noch einer. Nein, wie konnte ich da daneben schießen? Verdammte Scheiße. Ach, ja. Ja, nach dieser Runde werden mich wahrscheinlich keine mehr abonnieren. Hey, was ein Quatsch. Ach, soll ja auch nur ein bisschen Gaudi sein, ey. Ne, du musst zwischendurch mal einen Schluck trinken. Wie steht's überhaupt? Ja, schaltet eh gleich um, dann gehen wir gleich mal Richtung 3 und 4. Prost! Huch! Wo kommt der denn her? So, fahr ich jetzt zu viel? Ne, ich geh mit hoch zu 3. Das ist wichtiger. Obwohl, diese Runde geht ja fast noch. Ich hatte heute schon wieder ein paar Runden gehabt. Da war das wieder so ein Team wie eine Walze über das andere Team weg. Total unausgeglichen. Was willst du jetzt? Scheiße! Weg da! Hau ab da! Och, das war doch scheiße. Ja. Was soll man dazu sagen, ne? Ich denke mal, ich fahr wieder mit hoch zu 3. Das ist mal wichtiger, dass wir die kriegen. Die 4 wird geholt. Was macht unser Leo eigentlich da hinten? Ach, den hab ich ja sogar auf dem Schirm gerade. Ja gut. Kann man machen. Muss man aber nicht. Ich glaub, diese Runde werden wir verlieren. Auch durch meine Unfähigkeit. Hehehe. Ja. Wollen wir mal gucken. Wenn da gleich wieder ein Luftschlag runterkommt, wenn ich da hinfahre, dann geh ich ins Bett und heul. Ja und wie sind eure Erfahrungen so mit den ersten Tagen Battle Pass im Moment? Ich hab mitgekriegt, dass manche Missionen auch wieder so ein bisschen komisch sein sollen. Ich muss mir das nochmal ganz genau angucken. Hier, da stehen sie schon wieder bei uns vor der Tür. Komm. Ey, das war meiner. Huch. Was ist das denn hier für ein Rudelbums? Ja, ne, das wird nix. Ach, was albern. Ah, hier, jetzt bomben wir alles weg. Ey, alles gut hier bei uns. Die überrennen uns komplett. Neue, ja. Spaß haben wir ja trotzdem, ne? Hahaha. Hehehe. Wie soll ich eigentlich all diesen Leo im Bildchen kriegen? Huh? Busch. Suddenly Busch. Ja, das wird nix mehr. Ich glaub nicht, dass wir weit wegkommen aus dem Sporn hier. Hehehe. Hm. Aber ich muss sagen, das ist von den Runden, die ich heute gefahren bin, bisher die beste. Das war sonst noch chaotischer. Schau mal, was passiert. Da oben scheint grad Ruhe zu sein. Oder geh ich hier unten um? Ich versuch hier unten mal mein Glück. Einfach ein paar Leute abschießen. Mal gucken. Nicht so schnell, Herr Friese. Ah. Ja. Ach, das ist ja einer von uns. Hau ab da. Äh. Dann muss man doch irgendwie durchkommen. Na, 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 na. Da, da, da. Alles gut. Egal. Muss man doch irgendwo, 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 irgendwo. Da. Ne. Auch nicht. Och. Das war aber auch echt doof, ne? Hahaha. Wie, Runde schon vorbei? Ich war doch so gut. Oh. Oh. Verloren? Das war aber knapp. Verdammte Axt. Da wirft man sich so ins Zeug. Macht und tut. Naja. Ja, ne. Kommentieren und spielen. Gleichzeitig grad in solchen Runden. Ne. Was? Echt? Jo. Ja, Leute. So spielt man Klops. Bevor das hier noch schlimmer und peinlicher wird, höre ich jetzt auf. Ey. Wie gesagt, Leute. Danke für die 200 Zaps. Ähm, jetzt geht's los auf die, äh, 300. Aber das Ziel ist immer noch 666. Dann kann ich den ganzen Puff hier löschen und dann ist gut gewesen. Also haut rein. Klickt weiter ordentlich auf die Daumen. Abonniert mich und, äh, kauft mir was Schönes. Äh, ihr wisst Bescheid. Haut rein und bis zum nächsten Mal, ne? Also moin.